Herzlich willkommen zu den Haas Fachnachrichten. Der BfH hat entschieden zum Aktientausch mit Barabfindung. Erhält ein Steuerpflichtiger zusätzlich eine Geldleistung beim Aktientausch, also die Barabfindung, ist dies grundsätzlich einkommenssteuerpflichtig nach § 20 Absatz 4a Satz 2 Einkommenssteuergesetz. Es sei denn, und das hat der BfH jetzt entschieden, die hingegebenen Aktien wurden vor Einführung der Abgeltungssteuer, also vor dem 01.01.2009, angeschafft und die einjährige Behaltensfrist wurde im Zeitpunkt des Tauschs eingehalten. Dann ist die Barabfindung nicht steuerverhaftet. Neues vom BfH zum Lieferort im Zusammenhang mit Konsignationslagern bzw. Auslieferungslagern. Bei Versendungslieferungen liegt der Lieferort gemäß § 3 Absatz 6 Satz 1 USTG dort, wo die Ware sich zu Beginn der Beförderung oder Versendung befindet. Der BfH hat nun entschieden, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Lagerung der Ware in einem Auslieferungslager die Versendung nicht unterbricht und damit kein IG verbringen vorliegt. Und zwar immer dann, wenn die Einlagerung nur für kurze Zeit und von vornherein geplant war, außerdem der Abnehmer bereits bei Beginn der Versendung feststand. Der BfH weicht damit von der in Abschnitt 1a.2 Absatz 6 des Umsatz- und Anwendungserlasses getroffenen Regelung ab, die von einem innergemeinschaftlichen Verbringen und einer steuerpflichtigen Weiterlieferung ausgeht und im Urteilsfall lag dann damit von Anfang an eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vor. Erste Tätigkeitsstätte bei Leiharbeitnehmern? Das FG Niedersachsen hat als erstes Finanzgericht Stellung zum Reisekostenrecht genommen. Leiharbeitnehmer können am Dienstsitz des Entleihers keine erste Tätigkeitsstätte haben, da es an dem Tatbestandsmerkmal der dauerhaften Zuordnung fehlt. Und deswegen werden die Fahrten nach dem Reisekostenrecht ermittelt und nicht mit der Entfernungspauschale. Die Zuordnung des Leiharbeitnehmers, so das FG, bis auf Weiteres kann keine dauerhafte Zuordnung sein, denn diese erfolgt ja nur so lange, bis eine neue Zuordnung vorgenommen wird. An dieser Stelle weicht das Finanzgericht von der bisherigen Meinung der Finanzverwaltung ab. Des Weiteren kann eine dauerhafte Zuordnung schon gar nicht vorliegen, da das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nach seinem reinen Gesetzeswortlaut schon eine vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung vorsieht. Die Revision zum BfH ist zugelassen. Die Bescheide müssen wir also offen halten und Einspruch einlegen. Von der Entscheidung sind über eine Million Leiharbeitnehmer in Deutschland betroffen und daher interessant. Steuerliche Anerkennung von Darlehen zwischen nahen Angehörigen führt immer wieder zu Streit. Denn Darlehen zwischen Familienangehörigen können nur dann passiviert werden, wenn sie betrieblich veranlasst, fremdüblich vereinbart und tatsächlich durchgeführt werden. Haben wir dann ein unverzinsliches Darlehen, muss abgezinst werden. Im Urteilsfall wurde dies verneint und aus diesem Grund wurde das unverzinsliche Darlehen nicht abgezinst, sondern der Darlehenssaldo wurde als Einlage behandelt. Die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts wurde zugelassen und ist vom BfH anhängig. Unter dem unten eingeblendeten Aktenzeichen sollten wir Einspruch einlegen und die Bescheide offenhalten. Spekulationsgewinn beim Verkauf einer selbstgenutzten Ferienwohnung? Harte Veräußerungsgeschäfte sind als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 2 EStG in der Einkommensteuererklärung zu erfassen. Hierbei handelt es sich um Immobilien des Steuerpflichtigen, die innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung wieder veräußert werden. Es sei denn, die Immobilien wurden durch den Steuerpflichtigen für eigene Wohnzwecke selbst genutzt. Aber wie sieht es aus mit der Veräußerung einer selbstgenutzten Ferienwohnung? Das hatte das FG Köln zu entscheiden und hat entschieden. Es handelt sich um ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft und hat als Veräußerungsgewinn 2.170.000 Euro festgesetzt. Die Immobilie lag auf Sylt. Es hat es damit begründet, dass ein Ferienhaus überwiegend Erholungszwecken dient und nicht zu beruflichen Zwecken privat genutzt wird. Denn nur sofern die Ferienwohnung zum Beispiel im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung und damit aus beruflichen Gründen selbst genutzt wird oder wegen eines Arbeitsplatzwechsels kurzfristig wieder veräußert wirkt, liegt eine Ausnahme der Spekulationsbesteuerung vor. Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache wurde die Revision zugelassen. Wir müssen Einspruch einlegen unter entsprechendem Aktenzeichen und die Bescheide offen halten. Weitere Informationen erhalten Sie unter haas-sv.de-aktuelles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und bleiben Sie gesund! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.